Teil 11, Kapitel 10 Die Farbe Rot Mittlerweile war mehr im Schloss los, da die unteren Jahrgänge zum Frühstück gingen. Scorpius nahm einige Schleichwege, damit er nicht in seinem unpassenden Aufzug gesehen wurde und stand schließlich ungesehen vor der Tür mit der goldenen 21. »Körpertausch«, sagte er, und sofort hatte er Einlass zu der Wohnung dahinter. Rose saß als Einziger am Frühstückstisch und schaute verwundert auf, als sie ihn eintreten sah. »Wo warst du denn um diese Zeit?«, fragte sie mit vollem Mund. »Mit vollem Mund spricht man nicht«, meinte er nur und ging unter ihrem empörten Blick in das Schlafzimmer der Jungs. Darius musste im Badezimmer sein, da sein Vorhang aufgezogen war, er aber nicht zu sehen war. Ungestüm ging Scorpius weiter zu dem Bett seines besten Freundes und zog den Vorhang schwungvoll zur Seite. Erschrockene grüne Augen starrten ihn an. »Scarp, willst du, dass ich an einem Herzinfarkt sterbe?«, fragte er und lachte anschließend. Verwirrt schaute der Blonde ihn an. »Elbis benahm sich so normal. Vielleicht hatte er sich das alles doch nur eingebildet.« »Ich, wegen gestern«, begann er deswegen und schaute dem Schwarzhaarigen ins Gesicht. Dieser zuckte nicht einmal, er wirkte nur müde. »Was ist denn gestern passiert?« Unsicher stolperte Scorpius nach hinten. »Nichts schon in Ordnung«, murmelte er. Genau in diesem Moment kam Darius aus dem Bad und Scorpius nutzte die Chance, um sich darin zu verbarrikadieren. Er hatte sich das alles nur eingebildet. Natürlich hatte Elbis keine Gefühle für ihn. Warum sollte er auch? Scorpius kam erst wieder aus dem Badezimmer, als Elbis klopfte und ihn fragte, ob alles in Ordnung war. Ohne seinen Freund anzusehen, hatte er sich an ihm vorbeigeschoben und hatte sich wieder auf sein Bett gelegt. Er verzauberte die Vorhänge so, dass niemand sie öffnen konnte und war auf sich seufzend auf sein Kissen. Eine Papierkugel kam ihm ins Blickfeld und sorgsam entknüllte er das Pergament, auf dem der Zauber Synopsus Ablaxion erklärt war. Aus einem Impuls heraus griff er nach seinem Zauberstab. Ein paar Mal las er sich den Abschnitt durch, in dem die Handbewegung erklärt war und schließlich sprach er laut und deutlich, Synopsis Ablaxion. Scorpius schloss die Augen und spürte, wie die mächtige Magie ihn durchströmte. Es fühlte sich gut an. Das erste Mal in seinem Leben fühlte er sich stark unbesiegbar. Ein paar Minuten genoss er einfach nur dieses Gefühl, dann zog er den Vorhang zur Seite. Niemand hielt sich mehr im Schlafzimmer auf. Schnell wechselte er seine Schlafkleidung gegen die Schuluniform und trat dann selbstbewusst auf die Tür des Gemeinschaftsraumes zu, bis eine Stimme ihn zurückhielt. Du hast den Zauberbenutzten, nicht wahr? Blitzschnell drehte der Blonde sich herum, als er erkannte, dass Elbis im Badezimmer gewesen war und sich jetzt misstrauisch am Türrahmen anlehnte. Scorpius konnte die Aura sehen, von der im Buch die Rede war, aber er wusste nicht, wie er sie deuten sollte. Elbis schimmerte quasi rot und als der Schwarzhaarige sich von der Tür abstieß, um zu ihm zu gehen, wurde das Rot bei jedem Schritt intensiver, bis es schon fast schwarz wirkte. Ja, gab Scorpius grummelnd zu. Und? Was siehst du? Irritiert hob der Blonde eine Augenbraue. Wieso fragst du mich das? Fragte er leise, fast schon schüchtern. Weil ich mir selbst nicht mehr sicher bin, was ich für dich empfinde. Meinte Elbis ebenso leise und das Rot wurde etwas heller. Du bist rot, murmelte Scorpius, und jetzt schaute Elbis ihn verwirrt an. Und was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, das wurde im Buch nicht erklärt. Die beiden Freunde starrten sich ein paar Sekunden, fast schon feindselig, in die Augen. Dann änderte sich die Farbe des tiefen, dunklen Rotes in ein Hellrot, das friedlich und sanft wirkte. Elbis lächelte und machte einen Schritt voran. Scorpius schaute seinen Freund gespannt und abwartend an. Er traute sich nicht zu bewegen, er hielt sogar unbewusst den Atem an. Elbis ging auf Zehenspitzen, um die paar Zentimeter zu überbrücken, die Scorpius größer war als er. Und dann küsste er den Blonden. Automatisch schlossen sich die Augen des Größeren und dieser Kuss fühlte sich so anders an, als der am Vortag mit Rose. Doch viel zu schnell löste sich Elbis von ihm und Scorpius brummte verstimmt. Als er die Augen wieder öffnete, schaute der Schwarzhaarige ihn lächelnd an. Es war unwirklich, was gerade zwischen ihnen passiert war und doch gefiel es dem Blonden. Ohne darüber nachzudenken, schnappte er sich die Krawatte seines Gegenübers und zog ihn an sich. Seine Lippen fanden automatisch zu denen von Elbis und dieser Kuss war nicht so sanft wie ihr erster. Wie im Rausch wollte Scorpius immer mehr, bis sich der Schwarzhaarige schweratmend von ihm löste. Ich hätte niemals gedacht, dass du, so wie du von Rose geschmärmt hast, du glaubst gar nicht, wie lange ich versucht habe, meine Gefühle zu unterdrücken. Murmelte Elbis und um Scorpius war es endgültig geschehen. Die grünen Augen seines Freundes leuchteten ihn so glücklich an, wie er es schon lange nicht mehr gesehen hatte. Doch er fand nicht die richtigen Worte. Vielmehr konnte er bemerken, wie sich die Aura um Elbis abermals veränderte. Das Rot war noch immer hell und wirkte fröhlich, doch schien sich die Wolke, die sich um den Jungen herum befand, sich ihm anzunähern. Ein kleines Band, fast schon wie ein Tau, umschlang ihn und wollte ihn nicht loslassen. Fasziniert beobachtete Scorpius die Auswirkung des Zaubers. Die Stimme von Elbis riss ihn aus seiner Beobachtung. Ich denke, du kannst den Zauber jetzt beenden, murmelte der Schwarzhaarige. Farid nickte Scorpius und holte seinen Zauberstab aus seiner Umhangtasche. Fenita, murmelte er, doch die Aura schimmerte weiterhin hell vor seinen Augen. Stirnrunzend wiederholte er den Aufhebungsspruch, doch nichts passierte. Ich kann ihn nicht beenden, stellte Scorpius erschrocken fest und erntete sofort einen besorgten Blick von seinem Gegenüber. Das ist schlecht, wir müssen in die Bibliothek sofort, nicht dass du diese beschriebene Nebenwirkung bekommst. Elbis nahm seine Hand und Scorpius konnte sehen, dass sich das rote Tauben ihrer verbundenen Finger wickelte, als würde es die Verbindung stärken wollen. Und, ähm, Scorp, wir sollten das Ganze erst einmal für uns behalten, meinst du nicht auch? Fragte der Schwarzhaarige, als sie schon vor der Tür standen und wirkte offensichtlich nervös dabei. Der Angesprochene nickte nur und nach dieser Geste löste Elbis ihre Hände voneinander. Scorpius konnte die Tauer sehen, die sich nach ihm ausstreckten, es aber nicht zu ihm schafften. Lächelnd beobachtete er das Ganze und es kam ihm fast schon so vor, als wären es Tentakel eines Zintenfisches. Als sie schließlich das Schlafzimmer verließen, saßen Darius und Wors am Frühstückstisch. Die Hexe hatte ihr Frühstück schon beendet und las gerade im Tagespropheten. Interessiert untersuchte er ihre Aura und stellte fest, dass sie schneeweiß war. Darius' Aura hingegen war leicht rosa und dünne Fäden machten sich auf den Weg zu der Gryffindor. Doch sobald sie in der Nähe der Hexe waren, flogen sie zurück. Bewundernd beobachtete Scorpius das Schauspiel und half schließlich instinktiv einem der Fäden, den Weg zu Oos zu erreichen. Sofort schaute die Rothaarige auf und lächelte den Ravenclaw an. Ihre Aura wurde nun ebenso rosa. Irritiert starrte er die beiden an, als Elbis ihn zum Ausgang zog. Ich glaube, ich habe die beiden gerade verkuppelt, stellte er leicht erschrocken fest und Elbis lachte. Scorpius musste nun auch schmunzeln und stellte fest, dass es ihm absolut nichts ausmachen würde, wenn Wors und Darius eine Beziehung eingehen würden.